Ein Stirn-Design in unserem Haus, das ist die häufigste Behandlung, die wir hier durchführen können, zumindest einer von den Top Ten bei den nicht operativen Behandlungen. Und zwar liegt das daran, dass wir beim Stirn-Design hier eine Besonderheit aufführen. Die Natürlichkeit wird hier jedes Mal gegeben sein. Man kann die Stirn normal bewegen und trotzdem, man sieht es hier schön, und man kann trotzdem hier die Falten loswerden und das ist die Besonderheit, die wir hier anbieten. Ich denke, das schätzen auch unsere Kunden hier in dem Fall. Sie ist auch eine Patientin, die schon seit mehreren Jahren bei uns ist.